Hallo ihr Lieben, schöne Grüße an euch alle und ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Es geht heute in diesem Video um das Goethe-Zertifikat B2 und nur um den zweiten Teil Schreiben. Ja, das denke ich ist klar, dass ihr wisst, dass es zwei Teile gibt, zwei verschiedene Aufgaben, die den ganzen Bereich Schreiben also ausmachen. Und der Teil 2 ist dadurch gekennzeichnet, also es ist immer ein formeller Text, also immer ein Text mit der Sie-Form und der höflichen Anrede, immer ist das so. Ich blende gleich kurz ein, nochmal zur Wiederholung, an wen diese Texte in der Regel dann gehen in diesen Aufgaben. Wichtig, also am allerwichtigsten ist eigentlich, dass ihr wisst, dass diese Zeit, die ihr dafür habt, 25 Minuten ungefähr beträgt. Denn das ist auch so ein bisschen das Schwierige. Also ihr habt ja die zwei Aufgaben und die sind etwas unterschiedlich. Das erste ist ja dieser Forumsbeitrag und da solltet ihr ja ungefähr 50 Minuten schreiben und diese anderen 25 Minuten sind dann eben für den Teil 2, denn insgesamt habt ihr für den gesamten Teil, also 1 plus 2 Schreiben, habt ihr ja 75 Minuten Zeit. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so kompliziert, aber im Prinzip müsstet ihr es auch wissen, weil ihr müsst ja einmal euch auch angucken, wie ist überhaupt das Format. Ja, und dann schreibt ihr diesen Teil 2, ihr könnt auch mit Teil 2 anfangen, wenn ihr meint, ihr macht das lieber oder das liebt euch mehr, ihr könnt das besser, dann für den einen oder anderen ist es vielleicht gut, dass man dann denkt, okay, dann fang ich lieber erstmal damit an. Da seid ihr ganz frei, ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt auch direkt mal in eine Aufgabe rein. Okay, schauen wir uns mal die Aufgabe an. Schreiben Teil 2. Hier steht auch nochmal vorgeschlagene Arbeitszeit 25 Minuten. Vorgeschlagen heißt, dass wenn ihr da schneller seid, dann ist es schön, dann habt ihr halt etwas mehr Zeit für den Teil 1, für den Forumsbeitrag. Oder ihr braucht hierfür etwas länger, dann müsst ihr euch eben ein bisschen mehr beeilen bei der Aufgabe 1. Sie machen seit einem Monat ein Praktikum bei einer deutschen Firma. Sie, also das seid ihr selbst natürlich immer, sie haben gerade ihre Gehaltsabrechnung des letzten Monats bekommen. Und dann geht das weiter, was heißt das jetzt? Ist ja total wichtig, dass ihr erstmal wirklich die Aufgabe versteht. Also nehmt euch da auf jeden Fall, ja man kann eigentlich sagen, 5 Minuten Zeit, um die Aufgabe insgesamt zu verstehen, die ganze Situation richtig einzuschätzen und nachher eben auch die Reihenfolge so grob zu überlegen, zumindest womit ihr anfangen wollt. Okay, das ist erstes ja noch recht einfach hier. Das ist erstes ja noch recht, das ist erstes ja noch recht, das ist erstes ja noch recht, das ist erstes ja noch recht. Also da bekommt man ja immer so eine Übersicht, eine Liste, ein Blatt, wo man, wo draufsteht, was man, wie viel Geld man jetzt bekommen hat. Dann ist das auch immer noch so mit Steuern und das ist eben diese Gehaltsabrechnung. Ja, wenn ihr das jetzt nicht sofort versteht, ist nicht schlimm, lest ihr das einfach weiter und dann ergibt sich das vielleicht, also der Sinn ergibt sich dann meistens auch noch durch die Sätze, die danach kommen. Ja, das ist wirklich wichtig. Okay, letzter Monat, das ist ja immer so, man kommt ja dann immer vom letzten Monat. Aber sie haben statt der vereinbarten 450 Euro nur 400 Euro erhalten. Okay, also das ist jetzt die Problematik. Hier steht statt der vereinbarten 450 Euro, heißt also nicht die vereinbarten 450 Euro, sondern nur 400 Euro erhalten. Erhalten heißt ja auch bekommen, also zu wenig. Das heißt, entweder ist da irgendwo ein Fehler passiert oder jemand hat etwas, eine falsche Information in der Buchhaltung. Was weiß ich, also wir wissen das jetzt nicht. Vielleicht ergibt sich das nachher aus den Punkten, aber es ist zumindest jetzt erstmal so, Die Situation ist so, dass wir, also sie, also ihr, du, du bekommst normalerweise 450 Euro für dieses Praktikum und hast aber jetzt nur 400 Euro bekommen. Okay, und dann schreiben Sie eine Nachricht an Ihre Vorgesetzte Frau Gerber. Wichtige Information, die Vorgesetzte, das ist ja das andere Wort auch für Chefin, also meine persönliche Chefin, die steht auf jeden Fall im Rang der Funktion über mir. Ich meine, ist ja auch klar, weil ich bin ja eine Praktikantin oder ein Praktikant. Das ist ja auch jemand, der ganz neu in einem Unternehmen das erste Mal sogar da überhaupt hineinguckt oder mitarbeitet und auch in der Regel nichts weiß. Okay, das nur am Rande. Und hier die Frau Gerber ist eben die Vorgesetzte und an die schreiben wir natürlich jetzt auch. Also das, was hier unten steht, das solltet ihr eigentlich schon wissen und natürlich nicht das erste Mal in der Prüfung das erste Mal lesen. Wir lesen es jetzt einmal, aber das müsst ihr eigentlich vorher schon wissen, weil das ist immer gleich, immer steht hier unter dieser Aufgabe der gleiche Text. Ja, also hier steht, überlegen Sie sich eine passende Reihenfolge für die Inhaltspunkte. Die lesen wir jetzt gleich mal aufmerksam. Bei der Bewertung wird darauf geachtet, wie genau die Inhaltspunkte bearbeitet sind, was ihr also zu diesen einzelnen Inhaltspunkten genau schreibt, wie korrekt der Text ist. Also da gehe ich auch gleich nochmal im Detail darauf ein. Und wie gut die Sätze und Abschnitte sprachlich miteinander verknüpft sind. Ja, dass der Text flüssig ist und auch im Prinzip logisch die Sätze aufeinander folgen, gut miteinander verbunden sind, verknüpft sind. Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß. Schreiben Sie mindestens 100 Wörter. Steht hier also auch nochmal. Und dann lest ihr sofort die Inhaltspunkte, die ihr hier vorgeschlagen bekommt. Bitten Sie um einen Termin bei Frau Gerber. Okay, das macht ja auch Sinn, weil ich möchte ja natürlich mit ihr darüber sprechen. Über diese Thematik hier, dass ich zu wenig Geld bekommen habe. Jetzt ist das wirklich egal, ob ihr jetzt hier weiterlest, dann da, dann oder so oder so, weil ihr habt ja eine Reihenfolge, die ihr selber bestimmt. Also macht es einfach, wie ihr wollt. Machen Sie einen Vorschlag zur Lösung des Problems. Das hört sich für mich jetzt so an, als wenn das natürlich schon eher dann später im Text steht. Aber wir lesen auf jeden Fall erstmal, was es überhaupt alles gibt. Beschreiben Sie die Situation. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich schreibe. Da kann man natürlich sehr gut mit anfangen. Also das würde ich auch dann machen und das auch direkt hier so kennzeichnen, wenn das so offensichtlich ist. Weil das heißt ja nichts anderes, als nennen Sie das Thema, warum Sie überhaupt schreiben. Beschreiben Sie die Situation. Was ist denn überhaupt passiert? Und es gibt noch, machen Sie Frau Gerber auf die getroffene Vereinbarung aufmerksam. Ja gut, das soll ich also auch erwähnen. Wahrscheinlich ist die dann eben dafür auch zuständig, weil sie eben die Vorgesetzte ist. Und ja, also ihr wisst, bei mir ist es immer so, dass ich mich erstmal nur dafür entscheide, womit ich anfange und dann überlege ich weiter. Weil das finde ich persönlich einfacher als jetzt, ja ich sag mal so, auf dem Trockenen zu überlegen, welche Reihenfolge passt. Weil immer wenn man schon so im Text drin ist, dann fällt es einem, finde ich, viel, viel leichter, diese Reihenfolge zu überlegen. Überlegt euch, womit ihr anfangt und das ist dann ausreichend. Okay, wir beginnen natürlich hier mit der Anrede und schreiben hier an Frau Gerber, also sehr geehrte Frau Gerber, denn es ist ja sehr formell und höflich. Dann haben wir gesagt, wir wollen zuerst die Situation beschreiben, das ja gleichzeitig auch das Thema ist. Und dann habe ich das mal so gemacht. Das geht dann so bis hier hin, das ist praktisch der Einleitungssatz auch. Ja, die Situation, also hier heißt das, dieser Inhaltspunkt heißt, beschreiben Sie die Situation, also was ist passiert. Und da kann ich mich immer unheimlich gut hier an dieser Aufgaben, an die Situation halten und auch die Formulierungen aus dieser Aufgabenstellung rausnehmen, habe ich hier auch gemacht. Ich mache seit einem Monat ein Praktikum bei Ihnen. Ja, das steht ja hier auch. Hier steht ja Sie machen und das bin ja ich. Seit einem Monat ein Praktikum bei einer deutschen Firma. Also diese deutsche Firma, das ist ja, deswegen schreibe ich auch bei Ihnen, das ist auch üblich, das bedeutet jetzt nicht bei der Frau Gerber privat, sondern das heißt natürlich in der Firma, in der die Frau Gerber auch arbeitet. Aber man sagt trotzdem dann bei Ihnen, ja. Und es macht mir viel Spaß. Ich habe das einfach jetzt mal dazu geschrieben, weil ich finde, dass das dann auch irgendwie direkt ein bisschen freundlicher klingt. Also man bringt damit eigentlich auch zum Ausdruck, dass man jetzt nicht wütend ist oder sauer. So will man ja auch gar nicht rüberkommen. Ja, das finde ich, sagt man damit auch. Ja, jetzt kommt es eben, was ist, was ist passiert. Leider musste ich feststellen, dass ich 50 Euro zu wenig für meine Arbeit bekommen habe. Ja, das habe ich jetzt einfach mal so formuliert und ich hätte das jetzt auch wieder hier rausnehmen können. Leider haben sie mir statt der vereinbarten 450 Euro nur 400 Euro überwiesen. Ja, oder das hätte ich auch nehmen können. Ich habe es jetzt aber einfach mal ein bisschen umformuliert. Dann geht das weiter. Ja, jetzt seid ihr ja in der Situation, dass ihr diesen Punkt fertig habt und überlegt, was passt denn als nächstes vom Thema. Also hier bitten um einen Termin, könnte ich machen. Das passt, finde ich eigentlich immer. Aber so tendenziell macht das mehr Sinn, das dann zum Schluss, entweder ganz zum Schluss oder fast zum Schluss zu schreiben. Hier Vorschläge für die Lösung des Problems, finde ich, ist auch eher, passt eher besser zum Schluss. Und hier steht ja noch, machen Sie, Frau Gerber, auf die getroffene Vereinbarung aufmerksam. Und das finde ich eigentlich wirklich super passend hier als zweites, weil das ja irgendwie auch noch zu dieser Situation dazugehört. Wir haben ja die Vereinbarung getroffen und das steht ja auch hier in der Aufgabe eigentlich. Wo steht es hier? Aber Sie haben statt der vereinbarten 450 Euro. Also das war fest besprochen. Und das erwähne ich eben jetzt nochmal in diesem nächsten Inhaltspunkt, den nehme ich dann als zweites. Da habe ich es jetzt mal so formuliert. Laut Vertrag, das ist auch recht schön formuliert, bedeutet, also so wie es in unserem Vertrag, Vertrag steht, ja, den habe ich dann eben auch bei einem Praktikantenvertrag, das ist auch eigentlich üblich. Oder wenn man es jetzt nicht mit dem Vertrag sagt, dann können wir so, wie wir es besprochen hatten oder so. Aber ich würde es so machen, das ist eigentlich am einfachsten. Laut Vertrag hatten wir einen monatlichen Lohn von 450 Euro vereinbart. Ja, das steht ja hier auch, aber Sie haben statt der vereinbarten 450 Euro, aber ich habe das jetzt einfach eben nochmal geschrieben, dass wir das vereinbart hatten. Jedoch wurde mir nur 400 Euro überwiesen. Ja, auch das habe ich im Prinzip ein bisschen umgeändert. Ich könnte auch mich hier viel stärker an diese Aufgabenstellung halten, wenn ich das so nicht weiß, wie ich es anders formulieren kann. Hier steht ja, Sie haben, sorry, Sie haben gerade Ihre Gehaltsabrechnung des letzten Monats bekommen. Also, da könnte ich mich jetzt auch drauf beziehen, aber ich mache das jetzt mal anders. Es geht ja auch, es ist ja das Gleiche, also es steht auf der Gehaltsabrechnung, aber ich habe das Geld natürlich auch zu wenig de facto bekommen. Und deswegen ist das Gleichzusetzen hier. Ja, und jetzt habe ich diesen Inhaltspunkt genommen für meinen Text. Das heißt, bitten Sie um einen Termin bei Frau Gerber. Ja, das habe ich jetzt hier reingeschrieben. Aus diesem Grund, also weil eben hier dieses Problem aufgetaucht ist, weil ich also zu wenig Geld bekommen habe, also aus diesem Grund möchte ich gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Ja, das soll ich ja auch einfach nur formulieren und hier geht es auch so ein bisschen darum, hier steht ja, bitten Sie um einen Termin bei Frau Gerber. Und es ist halt wirklich gut, wenn ihr diese Nomen-Werb-Verbindung kennt, einen Termin vereinbaren bei Ihnen oder mit Ihnen, mit Ihnen in dem Fall. Einen Termin mit Ihnen vereinbaren, Punkt. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Hätten Sie nächste Woche für mich Zeit? Auch nochmal nett gefragt. Und ich schlage damit eigentlich auch vor, dass es irgendwann nächste Woche gut wäre. Ja, jetzt habe ich das hier auch nochmal gemacht, damit ihr daran erinnert werdet. Wenn ihr euch dann da mal verschreibt, also was schreibt, was ihr dann doch nicht schreiben möchtet, streicht das einfach durch. Das passiert wirklich schnell und ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr das in der Prüfung macht. Dann streicht das so weg und schreibt dann danach weiter. Ja, okay. Aus diesem Grund möchte ich gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Hätten Sie nächste Woche für mich Zeit? Ihr merkt auch, dass die Sätze gar nicht so lang sind und ihr habt ja auch gar nicht die Zeit dafür. Hier steht ja nur, bitten Sie um einen Termin bei Frau Gerber. Und das muss auch wirklich nicht mehr sein. Also das reicht völlig aus. Ihr kommt auf jeden Fall, wenn ihr so in diesem Umfang zu jedem Punkt etwas schreibt, sprich also ein oder zwei Sätze, maximal drei, bekommt ihr auf jeden Fall 100 Wörter zusammen. Und dann ist wahrscheinlich die Zeit auch schon vorbei. Gut, dann gibt es ja auch nur noch diesen letzten Punkt. Nicht vergessen, ihr müsst ihn unbedingt erwähnen in eurem Text. Machen Sie einen Vorschlag zur Lösung des Problems. Also was könnte man jetzt machen, damit alle glücklich sind? Oder ich die 50 Euro, die fehlen, irgendwie bekommen kann. Und ja, es ist an sich ein bisschen unüblich, dass ich als Praktikantin das jetzt lösen soll. Ganz ehrlich, aber gut, so ist halt die Aufgabe. So ist es auch manchmal. Und dann achtet einfach drauf, dass das irgendwie einfach logisch ist. Also ihr müsst da nicht das Rad neu erfinden, also irgendeine ganz tolle, super Idee haben, sondern ihr müsst einfach, es muss logisch sein, es muss nachvollziehbar sein, ja. Okay, deswegen habe ich jetzt mal so gemacht hier. Ich schlage vor, weil hier steht ja, machen Sie einen Vorschlag. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn ich so anfange. Ich schlage vor, dass Sie mir die 50 Euro in Bar auszahlen. Ja, in Bar heißt ja eben, wisst ihr alle, was das heißt, Bargeld. Also nicht jetzt überweisen, sondern so direkt in die Hand geben, den 50 Euro Schein hier. Und ich Ihnen, denke natürlich immer daran, dass es dann auch groß geschrieben wird, und ich Ihnen eine Quittung dafür, also für diesen Vorgang hier, unterschreibe. Ja, so ist es auch üblich. Also es ist eine Möglichkeit von vielen, ich sage mal eigentlich die einfachste. Ja, und deshalb habe ich die jetzt einfach mal hier genommen. Vielleicht haben Sie auch eine andere Lösung. Ja, das schwächt auch nochmal so ein bisschen ab. Also das heißt jetzt auch, also ich zeige damit im Prinzip auch, dass ich nicht an die Kompetenz meiner Vorgesetzten zweifle. Denn die hat vielleicht auch eine andere Idee und die Idee ist dann besser. Mir ist ja so gesehen, die Idee egal. Hauptsache ich kriege meine restlichen 50 Euro hier in diesem Fall. Aber das ist halt hier eine Möglichkeit. Und das ist halt immer so ein Satz, der dann auch nochmal sehr freundlich oder sehr höflich und respektvoll dann wirkt. Na gut, dann ist damit aber auch der Vorschlag hier gemacht. Und das ist auch dann alles zu Ende. Ihr habt also jeden Punkt hier in eurem Text. Ich bin auch bis hier waren es 88 Wörter, mal so zur Information. Das heißt, wenn ich dann da schon angelangt bin, dann komme ich auf jeden Fall über die 100. Und dann ist eben, wie gesagt, wahrscheinlich die Zeit auch schon vorbei. Hier kommt dann noch ein Schlusssatz. Denkt dran, ihr wollt irgendwie nett aus dem Text rauskommen. Hier passt dieser zum Beispiel. Für einen Termin bei Ihnen bedanke ich mich im Voraus. Also ich habe ja schon hier oben gesagt, dass ich einen Termin gerne hätte und habe das Thema ja dann auch schon angesprochen. Und deshalb ist das ein passender Schlusssatz. Denn das ist ja schon auch etwas, was ich eben noch gerne möchte. Gut, und dann natürlich als formelle Grußformel zum Schluss. Mit freundlichen Grüßen hier ohne Komma. Das ist jetzt Fantasie. Der Vorname Alicia Janosch. Und ihr schreibt natürlich hier euren eigenen Vornamen und euren eigenen Nachnamen hin. Ja, das war es für heute. Und ich wollte euch noch den Tipp geben. Am besten, es ist gut, wenn man das tatsächlich einmal abschreibt. Dann hat man gute Möglichkeiten im Kopf, wie man so Sätze formulieren kann. Aber ich gebe euch den Tipp, dann legt die Aufgabe mal beiseite und guckt nach ein paar Tagen, nach einer Woche, euch die Aufgabe nochmal an. Und schreibt sie dann alleine aus dem Kopf. Ja, es ist wirklich eine gute Sache. Also so kann man sich dann, man wird dann auch in die Lage versetzt, auch mal selbst eine neue Formulierung zu finden. Also man erinnert sich dann vielleicht so ein bisschen an zum Beispiel diesen Text, aber hat dann wieder eine andere Variante für sich gefunden. Und das ist natürlich auch total gut. Ja, da werdet ihr dann merken, dass ihr immer besser werdet, wenn ihr so vorgeht. Ja gut, dann vielen Dank an euch alle und bis bald. Macht's gut. Bye, bye. Ja, da werdet ihr dann.